Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einem weiteren Reinigungs- und Restaurationsvideo mit mir. Ja, hatte heute mal ein wenig im Keller aufgeräumt, habe wieder ein paar Sachen gefunden. Ich habe ja auch noch Altfunde von meinen Folgen, die ich noch reinigen muss, weil bald ist Fundabgabe und da sollten die Sachen einigermaßen alle vorgereinigt sein oder wenn es geht auch schon restauriert abgegeben werden. Heute werden wir mal alles querbeet machen. Ich nehme euch einfach mit hin dazu und werde euch dann so ein paar Sachen zeigen, was ich mache, wie ich es mache, ein paar Tipps geben. Und ihr guckt einfach zu. Ich würde mich freuen, nach dem Video, wenn ihr mir ein Like dalassen wird. Wer mich noch nicht abonniert hat, mich zu abonnieren. Für den Rest aktiviert unten die Glocke. Dann seid ihr auch immer auf dem neuesten Stand. Und an dieser Stelle möchte ich mich nochmal bei meinem Sponsor Jochen Reifenrath von www.abenteuer-schatzsuche.de bedanken. Und wir legen gleich los. So, da bin ich wieder. Und ja, ihr wolltet ja immer aus meiner Folge sehen, wenn ich die Haarnadel fertig reinige. So, heute machen wir mal die Haarnadel und währenddessen werde ich euch heute auch nochmal den Silberreiniger zeigen, wie er arbeitet und agiert. Wir werden heute ein paar Münzen dazwischen durchmachen. Ich habe hier ein bisschen gebrauchten Silberreiniger, so dass ihr das seht. Also, ich nehme nicht immer neun. Kann man es so, warte, ich tue mal am besten. Ja, so könnt ihr es sehen. Das ist gebrauchter Reiniger. Und wir werden jetzt mal eine Silbermünze, eine ältere, einen Silberpfennig einlegen. Oder ich habe sogar zwei, aber einer wird ja erstmal reichen, so dass ihr seht, wie das Ganze wird. Hier ist der Silberpfennig. So, ich ziehe mal meine Handschuhe mal richtig an. Ich hatte die gerade nur aus, die habe ich wegen meiner Kamera oder viel mehr Kamera, wegen meinem Telefon. So, den werden wir jetzt machen. Und wir werden heute ein 10 Pfennig Stück aus den Kriegsjahren reinigen. Und ich werde euch zeigen, dass das auch mit dem Reiniger geht und vor allem, dass die Patina an dieser Münze erhalten bleibt. So, wir legen das jetzt ein. Welche nehmen wir? Wir nehmen die. Die ist am dreckigsten. Die legen wir jetzt schon mal ein. So, und lassen die jetzt erstmal dran. So, und jetzt die Harnadel. Hier ist die Harnadel. So, und ich hole euch ein bisschen weiter nach vorne. Schauen wir mal, dass das nur ein Bild ist. Ja, so, und dann fangen wir an. Ich werde nachher wieder auf Schnellvorlauf machen, um, dass ihr dann seht, wenn es fertig ist. Also, jetzt starte ich den Schnellvorlauf. So, wir machen hier eine kleine Unterbrechung. Wir müssen ja jetzt hier die Silbermünze, ich fülle ja alles währenddessen. Aber noch kurz zur Nadel. Wichtig ist es, wenn er auch mit Skapellen arbeitet. So ist das Skapelle. Seht ihr meinen Finger? Wenn ihr jetzt was unterreiben wollt. Ihr seht ja, ich gehe jetzt auch hier über meinen Handschuh drüber. Nicht so kratzen, sondern so schieben. Also ziemlich flach, einen sehr flachen Winkel ansetzen auf das Objekt. So zerstört er nicht die Patina. Und wenn er mit der Spitze arbeitet, immer ganz vorsichtig unter jedem Schmutzbrocken leicht anhebeln und dann nach vorne ziehen. Nicht zu sich hin ziehen, das kann man auch, aber da muss man ein bisschen mehr Gefühl für haben. Für den Anfang rate ich euch, schiebt es vor euch her. Ganz vorsichtig vor euch her. So seht ihr auch direkt schon das Resultat, ob ihr nochmal nacharbeiten müsst oder nicht. Aber achtet immer hier drauf, wie ich arbeite. Dann seid ihr euch. So, und jetzt werden wir die Silbermünze, also machen wir euch wieder mal nach unten. Und die müssen wir hier auch Stück für Stück reinigen. Jetzt legen wir erstmal die Nadel wieder so lange ins Wasser. Ich werde ja auch immer gefragt, ob ich meine Sachen ins Wasser einlege. Also ihr seht ja, die Nadel, die kommt bei mir auch immer wieder ins Wasser. Und so sollte das sein. So, und jetzt werden wir hier, ich glaube, so kann man es besser sehen. So, wir werden jetzt die Münze mal rausholen. Mit einem Q-Tip schon mal vorreinigen. Die muss bestimmt nochmal rein, weil die hat sehr extreme Anhaftungen. Und dann geht es weiter. Ich werde euch auch hinterher zeigen, dass das der Münze eigentlich nichts macht. Die Seite ist ja schon fast sauber. Aber man muss auch bei diesen Münzen ab und an bei sehr starker Verkrustung etwas länger drin lassen. Also ihr müsst da drauf achten, wenn es reine Silbermünzen sind, könnt ihr das. Bei Bilon, bei Kupferbronze, solltet ihr immer den Reiniger 1 zu 10 mit destilliertem Wasser mischen. Ganz wichtig. Und immer die Einlegerzeit zu Anfangs bei solchen Objekten, wo ihr euch nicht sicher seid, nie länger als 20 Sekunden. Ausholen, so wie ich es mache, gucken, abreiben, schauen, geht da noch was, was passiert, wenn ihr einen Mikroskop habt oder so ein Stereoskop wie ich hier habe. Mal kurz nachschauen, wie der Reinigungszustand ist. Jetzt hier bei der Münze kann ich ganz gut erkennen, hier muss ich mal ein wenig nachhelfen. Hier sind sehr starke Verkrustungen drauf. Die kann ich zwar über die Einlegezeit lösen, aber hier so vorsichtig mit einem spitzen Skapel kann ich schon den größten Schmutz anhebeln. Dann geht das schneller, man ist eigentlich auf der sicheren Seite. Wer sich das natürlich nicht zutraut, eben einfach die Einlegezeit verlängern, weil dann geht das auf jeden Fall. Ich möchte jetzt das hier so gut wie möglich machen, euch zeigen. Ich werde das jetzt auch wieder im Schnellmodus laufen lassen und euch hinterher zeigen, wenn es fertig ist. Weil sonst werden die Filme einfach zu lang, auch wenn ich das im Schnellmodus durchlaufen lasse. Also habt ein bisschen Verständnis, dass ihr da nicht jetzt jeden Handgriff von mir in normaler Geschwindigkeit seht. Aber ich erkläre euch immer was dazu. Also ab jetzt wird es schnell. So, jetzt habe ich es ein bisschen vorgereinigt. Also immer vorsichtig sein bei weichen Münzen wie bei Bielern. Müsst ihr wirklich sehr vorsichtig sein, wenn ihr mit so einem Skapel über die Münzen geht. Wie gesagt, wischig ist der Winkel, desto weniger Kratzer kommen da rein. Also ich kann damit sehr gut umgehen. Also bei mir kommen keine Kratzer rein. Und lasst euch nicht von denen immer erzählen, nehmt Zahnpasta, nehmt Natronpulver. Ich sage euch eins. Zahnpasta, wenn ihr euch die Zähne putzt, was macht die Zahnpasta? Da sind immer ganz feine Schleifmittel drin. Die sollen ja die Zähne polieren, praktischerweise einen Abrieb haben. Auf Silber ist das genauso. Wenn ihr mit Zahnpasta drüber reibt, habt ihr einen Abrieb. Natronpulver ist das genau Pulver. Nehmt euch nochmal einen Pulver, wenn ihr alle so sicher seid, dass das nichts macht. Geht zu eurem Auto, macht das aber bitte per Videobeweis, dass das auch jeder sieht. Natronpulver oder Vitamin C Pulver, alles das, was ihr habt. Und geht hin, macht einen Daumen nass, einmal reingedrückt und reibt euren Vogelkurt damit ab. Der Vogelkurt ist nachher auch weg, das ist klar. Aber zeigt uns mal danach den Lack. Und ich werde euch garantieren, der ist matt an der Stelle, total verkratzt. Ganz feiner Kratzer, klar, den könnt ihr natürlich hinterher wieder polieren mit einer guten Autopolitur und dann ist das weg. Bei einer Silbermünze würde das auch funktionieren. Man kann sie polieren, dann ist es weg. Nur dann hat sie den typischen Elsterglanz, wie man so schön sagt. Das Ding ist spiegelblank, glatt und glänzt wie die Hölle. Und wer das mag, okay, der soll dann wegen mir die Zahnpasta benutzen oder das andere. Aber wenn ihr das richtig machen wollt, schaut mir zu. Ich zeige es euch und so habt ihr auch einen Werterhalt der Münze. So, die legen wir jetzt wieder ein. Und jetzt gehe ich wieder über zu meiner Haarnadel. Wir machen das immer so im Wechsel, da der Bescheid ist. So, jetzt geht das alles wieder im Schnellvorhang. Alles klar, bis nachher. So, ich lege die erst mal jetzt beiseite und werde wieder mich der Silbermünze widmen. So, ich wollte das ja live sehen. So, ich muss nochmal unter dem Stereoskop gucken. Wir nehmen jetzt nochmal zur Hilfe so eine Prothesenzahnbürste, weil die sehr punktuell reinigt und nicht über die ganze Münze geht. Also wirklich in die Zwischenräume der Münze, die ist vorne ziemlich spitz. Die kann ich euch nur empfehlen. Also so eine richtige Spitze. Zahnersatzbürste. So, wir werden das Ganze jetzt nochmal unter dem Stereoskop angucken. Es kann sein, dass wir noch eine dritte Runde damit machen müssen. Aber dann sollte es eigentlich fertig sein. Und dann werden wir die 10 Pfennig einnehmen. Die Reisfennig. Ich glaube, ich bin der Reisfennig. Ich glaube, ich bin der Reisfennig jetzt. So. Gucken noch, ob es noch irgendwo Anhaftungen sind. Ach ja. Erstmal das wieder drauflegen. So, jetzt geht wieder im Schnelldurchlauf. Und ich zeige euch gleich das Ergebnis. So. Jetzt wird es nochmal kurz eingelegt. Abgerieben und fertig. Unter Wasser neutralisieren. Ganz wichtig. Das gilt für alle Sachen. Sonst agiert der Reiniger weiter. Schaut mal her. Ich glaube, ich nehme mir mal den Lappen als Hintergrund. Ich glaube, ich habe den Dunkeln. Ach, Quatsch. Ich habe da auch dunkle Handschuhe an. Na, aber vielleicht der Lappen besser. Hat das nicht so glänzt. So. Ihr könnt da jetzt schauen. Ich hoffe, das ist erkennbar. Ich gucke mal, ob ich das mit dem Licht vielleicht besser hinbekomme. Ne, ich glaube nicht. Lassen wir das ohne Licht. Also, ihr könnt hier gut erkennen. Die Münze ist sauber. Und vor allem, es ist die Patina. Trotz so langem Einlegen erhalten. Es ist kein Spiegelglanz. Ich zeige es euch an einer anderen Münze. Die habe ich schon zuvor gereinigt. Ihr könnt das auch sehen. Top-Ergebnis. Und wenn ihr das jetzt mal so seht. Ich nehme jetzt mal die zwei gereinigten. Und die eine ungereinigte. Moment. Die Hände so trocken machen. Auf der Hand. Da könnt ihr ganz gut erkennen. Vorher. Nachher. Und die Münzen. Die haben alle einen leichten grünen Spann noch dran gehabt. So. Die mussten zwar ein bisschen angelöst werden. Ganz vorsichtig. Aber ihr seht. Tadellos sauber. Ohne die Münze zu beschädigen. Okay. Die zwei haben wir fertig. So. Jetzt geht es um den Kameraden hier. So. Den legen wir ein. Ihr werdet sehen. In dieselbe Flüssigkeit. Die ihr seht. Legen wir ein. Und lassen das Ganze einziehen. Und ich zeige es euch gleich. Jetzt werden wir wieder uns. Wir werden uns wieder der Haarnadel widmen. Also bis gleich. Wieder nach oben. So. Ich glaube der Nadelkopf ist fast fertig. Ich bin deswegen immer mit dem Wasser am Neutralisieren. Weil die Nadel war mal. Ja ich sage mal. Man spricht immer von einer Versilberung. Ich glaube eher das ist eine Verzinnung. Weil ich glaube die hatten früher gar nicht auf alles Silber gemacht. Auch der Zinn. Der hatte seinen Sinn und Zweck gehabt. Zur Römer Zeit. Und zu allen anderen Zeiten. Weil eben Silber sehr kostbar war. Ja. Ja wie gesagt die Nadel. Der Nadelkopf ist soweit fertig. Noch ein paar Kleinigkeiten. Aber das machen wir nachher. Wir müssen ja immer hier. Verswitchen. Jetzt machen wir weiter. Wieder mit der Münze. Mit der nächsten Münze. So wir stellen das mal hier rüber. Ich nehme euch wieder mit. Wenn ihr das auch so seht. Ich glaube so ist es gut. So wir nehmen hier die saubere Seite des Stäbzes. Ich glaube es ist gut angelöst. Ja. Schmutz ist gut angelöst. So. Die Ränder. Und dann die andere Seite. Jetzt nehmen wir wieder unsere Zahnbürste. Und ich glaube das ist schon fertig mit dem Teil. Das gucken wir gleich unter dem Stereoskopen. Dann kann ich sagen ob noch eine zweite Runde rein muss. Ich glaube. So. Wollen wir mal mal gucken. Ja. Die Münze ist fertig. Hier muss nichts mehr gemacht werden. Alles klar. So, ich zeig es euch jetzt. Damit ihr auch seht, dass die Patina erhalten bleibt. So schaut das Ganze aus. Ihr seht, ihr könnt auch solche 10 Pfennige restaurieren. Hier habe ich noch eine, die habe ich gerade eben gemacht. Also hier ist die Patina immer erhalten. So. Jetzt waren wir noch zum Schluss. Die dritte Münze lege ich ein. Die Silbermünze wieder in diesem Reiniger. Und wir lassen sie dran. Und ich gehe wieder über in der weiteren Bearbeitung des Nadelkopfes. Oder der Nadel an sich. So. Wir machen weiter mit der Münze. So. Wir werden jetzt weitermachen mit der Münze. Und dann nachher weiter wieder mit der Nadel. So. So. Manchmal hapert das. Ich muss auch manchmal überlegen, was der Mast oder was der nicht Mast. Aber so ist das eben halt so. Ach so. Eher legen wir sie nochmal ein. So. Und reiben sie dann ordentlich ab. Gucken, was sich gelöst hat. Ach so. Ihr wollt ja mit gucken. Das ist ja uninteressant. Gucken, was sich schon gelöst hat. Den Rest wieder kurz unter dem Stereoskop anhebeln. Und dann müsst ihr die nicht so lange drin lassen. Also das geht dann alles ein bisschen zügiger. Die sich das nicht zutrauen. Wie gesagt. Eben länger drin einlegen lassen. Immer rausholen. Ein paar Minuten. Abreiben. Und wieder einlegen. Bis das gewünschte Ergebnis erzielt worden ist. So. Jetzt lassen wir die Nadel nochmal ein bisschen mit dem Wasser drin. Jetzt werden wir uns wieder der Münze widmen. Und zum Schluss, wenn wir so lange noch den Reiniger nehmen, um die Nadel nochmal oberflächlich zu reinigen. Dann wird sie nochmal unter fließendem Wasser gewässert. Und danach mit meinem Restaurationswachs versiegelt. Also wie gesagt. Lasst euch nichts erzählen. Man kann solche Sachen nicht. Oder Bronze oder Kupfer nicht ins Wasser einlegen. Ich lege alles ins Wasser ein. Außer. Und jetzt kommt das Außer. Aber es gibt eine Art Schmierpatina. Oder Kreidepatina. Das ist, wenn ihr dieser Teil rausholt. Die ist ziemlich hell. Die Patina. Und wenn ihr drüber geht. Schmiert die. So wie Seife. So. Die ins Wasser einzulegen. Ist natürlich tödlich. Liegt zwar im Boden. Im feuchten Boden. Aber jetzt kommt es natürlich darauf an. Diese Sache nur einfach ein bisschen feucht zu halten. Weil wenn sie trocknen. Dann bröseln sie auch. Also. Immer ein Taschentuch dabei. Ein bisschen feucht. Ein bisschen Spucke nehmen. Feucht halten. Und dann ist das gut. Zuhause. Sofort. Bearbeiten. Das heißt unter dem Stereoskop. Und dann kann ich euch einen Tipp geben. Ich habe ja mittlerweile wieder was Neues im Programm. Das ist mein Eisenwachs. Das hatte ich zwar schon immer gehabt. Nur es war wirklich schwer an größeren Mengen da ranzukommen. Und wenn ihr oder die es schon haben. Geht einfach anders davor. Ihr dürft eigentlich mit dem Eisenwachs keine Bronze machen. Warum? Kann ich euch ganz gut erklären. Wenn ihr damit Bronze versiegelt. Gibt es immer einen milchigen Ton. Und es wird eben dunkler. Weil es eben für Eisen ist. Es hat einen anderen Schmelzpunkt. Es hat einen anderen Härtegrad. Und das ist eigentlich optimal für Eisen. Es dringt bis in den Kern ein. Es härtet und bindet vollständig hart ab. Ihr könnt die Oberfläche polieren. Und gut ist. Es gibt einen Spiegelglanz hinterher. Fast wie so ein Spiegelglanz. Aber es kommt darauf an. Dass das Eisen luftdicht. Sauerstoff gut abgebunden ist. Und deswegen ist das optimal. Ich habe mir natürlich das Eisenwachs auch zur Nutze gemacht. Um solche Schmierpatina gut zu stabilisieren. Klar. Ihr müsst den Kompromiss eingehen. Dass dort eben die Patina Farbe nachdunkelt. Oder auch ein bisschen speckiger aussieht. Aber dafür bröselt es nicht mehr. Um da wiederum vorzugehen. Werde ich das mal in einem anderen Video. Euch dann zeigen und sagen. Also wie gesagt. Dafür ist meine Eisenwachs da. Aber wir gehen jetzt erstmal hier auf die Münze ein. Die wir einigen haben. Achso. Ja. Ich stelle euch wieder unter. So. So. Nochmal ganz leicht da drüber. Dann nehmen wir nochmal unsere Zahnbürste. Für die Zwischenräume. Wo wir nicht dran kommen. Und ihr seht ja wie lang da drin ist. Also da ist ja jetzt hier kein Cut in dem Film. Also ihr mit dem Zeug beschädigt da auch nicht. Die Silberpatina. Ich sag mal. Solange ihr nicht wie wild drauf rum reibt. Reibt ihr drauf wie wild rum. Klar. Dann reibt ihr auch die Patina runter. Aber eigentlich ist mein Mittel sehr gut. Um den Dreck anzulösen. Um die Patina zu verschonen. Genauso wie mit der anderen Münze. Ich hab da ja jetzt gesehen. Mit dem 10 Pfennig Stück. Was ich das jetzt nicht immer zeigen muss. Nur ich bin heute beim Reinigen. Hab gesagt. Okay. Ich nehme euch mit. Und dann machen wir alles. Silberreinigung. Einfach die 10 Pfennig reinigen. Und natürlich wie gewollt auch mal meine Altfunde. Wo ich jetzt ein bisschen Zeit für hab. Immer vorsichtig reiben. Ohne viel Druck. So dass er in die Zwischenräume kommt. Wo man vielleicht so nicht dran kommt. Und dass die Münze schön gesäubert ist. So jetzt noch mal zum Schluss. Hier habe ich noch ein anderes Stäbchen. Noch mal drüber. Abreiben. So abtrocknen. Und dann mal gucken wie es ausschaut. Nachher wie gesagt. Immer dran denken. Die Münze zu neutralisieren. Ansonsten agiert der Reiniger weiter. Und das ist nicht gewollt. Glaubt mir. So macht ihr dann die Oberfläche kaputt. Ja. So wie ich es haben möchte. Patina halten. Hier ist noch ein Korn drin. Aber das kann lose sein. Ja ist auch lose. Ist da noch etwas drauf. Nein. Ist auch lose. So. So wie man es ist. So wie man es ist. Warte ich jetzt. Das tue ich so unter Wasser neutralisieren. Ja. Nehme ich aber auch das hier mit. So. 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 nochmal die ganzen Münzen für euch in die Hand. sind. Wir können da gucken. Die Pfennige sind. Sind mittelalter Pfennige. Sind top. Prachtig. So. Die haben wir fertig. So. Jetzt gehen wir hier weiter. Ich stelle die Kamera mal nicht hoch. So dass ihr das seht. jetzt nehmen wir hier unseren Reiniger den Restreiniger und dann machen wir das mal. So. 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 durch die Bronze zu spülen. So. wir sehen ja schon wie dreckig der Schaum hier wird. Ich meine Jutta das ist jetzt natürlich dem Reiniger schuldet der jetzt in dem Gläschen war der ist ja auch dreckig. aber ihr könnt mir glauben hier geht jetzt noch der restliche dreck runter und das was ich jetzt hier mache ist mit unverdünnter flüssigkeit also macht ihr das bitte nicht nach ich wollte euch das zeigen das geht natürlich auch nur ihr müsst schnell arbeiten ich habe euch ja immer was von einlegezeiten gesagt sonst die patina kaputiert bei dem stück ist das jetzt natürlich wieder jammer auf hohem niveau die hat ist sehr oft an luft gekommen dies ist sehr schön eigentlich verziert aber man kann hier leider nichts mehr wie gut ja wie man so schön sagt scheiße kann man kein gold machen aber ich versuche natürlich das bestmöglichste ergebnis raus so es ist dazu soweit fertig lassen wir mal gucken und dann stellen wir das kopf ja der ganze dreck ist runter ok jetzt werde ich sie noch mal wässern und nachher werden wir sie verdienen jetzt kann man mal gucken ja nadel hat schöne längs und quer öllenverzierung da wo noch die patina sehr guten takt ist weil ihr seht ja selber durch den flug und durch den sauerstoff die man in die oberfläche gekommen und dadurch abgebruselt also man kann wie sagt nur das hier eigentlich machen was ich gemacht habe richtig reinigen und jetzt gleich das konservieren aber zuerst wollen wir hier mal ein bisschen auf das brauchen wir jetzt ja gar nicht mehr alles hier wichtig ist mal wenn er was angefasst hat mit dem reiniger mal nur drüber zu gehen ansonsten ist das alles ok so dazu 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 das 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 so und die bürsten kann ich hier ausspülen einmal das kommt jetzt alles mal abdruck nein weit das kommt ja momentan nichts mehr 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 Okay. So, I must... So, nochmal abtrocknen. So. So, da bin ich wieder. Jetzt werden wir das Ganze schön trocknen. Und dann tun wir das Ganze konservieren. So, jetzt muss ich nur gucken, wo ich meinen Wachs hingestellt habe. Ja, wo haben wir es hingetan? Einmal hier, einmal hier. Ich benutze jetzt mal die Reste hiervon. Ich werde ein Pinselchen mitnehmen, um es aufzutragen. So, nehmen wir mal meine Sachen hier runter. So. Nehmen wir das Pinselchen hier. Jetzt machen wir das erst mal erhitzen. Nadeldreck hinein mit. Und jetzt geht das los. Das ist wieder auf Schnellvorlauf. Das ist da nicht gerade sinnvoll. Oder was heißt sinnvoll? Das ist ja nicht sehr interessant Backseiden. Wenn ich euch dazu mitnehme, wie gesagt noch mal hier, die zwei zehn Pfennig Stücke. Seht ihr, wie top sauber die geworden sind. Und nicht glänzend oder so porös wie jetzt mit anderen Reinigen passiert. Oder wenn er da drüber schrubbt, wie wir genauso wie jetzt hier die Silbermünzen. Die haben noch leicht ihre Patina, aber wenn nicht, kann ich euch auch noch mal zeigen, wie das aussieht, wenn man so patiniert. Sollen wir das jetzt machen? Ja, machen wir das jetzt. Dann zeige ich euch das auch noch mal. Hier ist meine Patina. Ich habe sie natürlich im anderen Flächen erst mal getrütteln, wenn ihr so lange stehen gelassen habt. Muss ich natürlich die Handschuhe wieder anziehen. Dann nehmen wir ein paar anderen Schuhe. So. Nehmen wir das Gläschen. So. Einmal. Und zweimal. in der Zwischenzeit kann ja schön das ganze ein bisschen trocknen. Aber wie gesagt, so was sollte eigentlich 24 Stunden ausrocknen. oder zumindest eine Stunde. Und weiter. Aber ich mache das jetzt hier, dass da hier kein großartiger Schnitt gibt. Und man würde hier irgendwelche betrügerischen Machenschaften haben. Also hier. Da ist jetzt die Silberpatina. Ich stelle euch runter, dass ihr das seht. So. Wir nehmen eine Münze. Egal welche hier. Die. Und rein damit. mit. Und dann sofort neutralisieren. So. Einmal. Abtrocknen. So. Ja. So. Um den Vergleich mal herzusehen, dass ihr seht. Ich hoffe, dass man jetzt sieht. Die ist dunkler. Jetzt. Leicht bleigrau. Wie sie sein sollte. Jetzt machen wir das mit den anderen Münzen auch noch. Rein damit. So. So. Hier. Die nächste. Jetzt kommt die letzte rein. So. Das reicht schon. So. Hier. Ah. Meine Hände trocknen. Dass ihr es besser seht. So. So. Bitteschön. Jetzt haben die auch alle eine schöne, dunkle, graue Patina wieder. Ohne Regenbogenfarbe. So. Jetzt reimen wir sie hier nochmal ab. Am besten an so einem Tuch. So. Dass ihr auch seht. Hier. Da geht auch nichts runter. Und wenn ihr mal zu sehr patiniert habt. Dann müsst ihr sie eben. in fünf prozentigen Ammoniak einlegen. Eine Minute. Dann löst sich wieder die Patina. Ihr reibt sie runter. Neutralisiert das ein bisschen mit dem Wasser. Wenn ihr sie neu patinieren wollt. Wichtig. Die muss ja komplett vom Wasser und von allem befreit sein. Und dann ein bisschen mit Alkohol abreiben. Oder mit Testbenzin. Und das war. Achso. Machen wir mal ausprobieren. Das habe ich auch noch nicht ausprobiert. Hier. Wir sehen ja die Münzen. Mal gucken was passiert. Wenn wir die eindenken. Ob die auch patiniert. Also bei Aluminium weiß ich es. Da funktioniert es. Aber ob das jetzt bei allen funktioniert. Ne. Wäre auch zu schön gewesen. Wenn das auch noch bei solchen Münzen funktioniert. Na. Mal gucken. Das mal trocknen. Ob da vielleicht doch noch was passiert. Aber glaube ich nicht. So. Wie ihr sagt. Ihr seht ja. Was ihr für einen Verbrauch habt. Nämlich. Fast. Gar keinen. Rest wieder zurückgegibt. Fertig. Und damit hat er sich schon. Damit habt ihr. Die Münzen patiniert. Und fertig damit. So. Tun wir das weg. Und jetzt kommt. Das Polieren dran. So. Wie gesagt. So. Tun wir erstmal euch wieder hoch. Benutzt solche Rosshaar. Bürsten. Das ist eine Topf. Man nennt das Topfbürste. Ja. Weil sie nach vorne. Die Fächern hat. Die benutze ich sehr oft. Dann gibt es die Spitzen. Da kommt man gut. Wenn man. Ringe hat. Vertiefungen hat. In die Vertiefungen. Und in Lücken. Zwischen. Die würde ich mir besorgen. Und es gibt die. Natürlich. Äh. Ja. Ich sag jetzt mal. Wie so Kreise sehen die aus. Wie die Bezeichnung ist. Kann ich jetzt leider auch nicht sagen. Also besorgt euch. Rosshaarbürsten. Tierhaarbürsten. Wie sie benannt. Oder Pferdehaarbürsten. Bei Ebay. Gibt's die. So. Und jetzt. Tun wir mal. Ein bisschen Polieren. So. Ich hoffe. Dass man das gut. Erkennen kann. Ich mache noch mal. Eins mit Licht. Aber ich werde auch. Hinterher. Fotos davon machen. Mal gucken. Ob das mit Licht. Besser ist. Ob man da. Besser erkennen kann. Ich schalte nur mal. Ganz kurz. Ich meine. Das Licht. Das wäre zu grell. Also. Lassen wir es mal. Mal gucken. Andere Farbe nehmen. Ob es dann. Besser ist. Alles. Bleulich. Kalt. Ne. Ich glaube. Ohne Licht. Ist besser. So. Kann man glaube ich. Besser kennen. Dann vibriert das auch nicht. glaube ich. Im Bild. So. Seht ihr. So einfach ist es. Was. Für die Ewigkeit. Zu konservieren. Also. Da gebe ich euch. Ein Leben lang. Garantie. Darauf. Das hier. Solange. Das nicht. Mit. Fettigen. Fingern. Anfasst. Nicht. Gerade. Dem Sonnenlicht. Aus. Inlegt. Oder. Auch. In der Vitrine. Wo es warm ist. Also. Bleibt. Das. Wachs. In den. Kleinen. Dosen. Speziell. Für. Kupfer. Gedacht. Man. Kann. Es. Natürlich. Auch. Zweckentfremden. Für. Andere. Materialien. Für. Jetzt. Eben. noch. Aluminium. Zink. Bilon. Und. Dem ganzen Zeug. Wenn man. Verdünnt. Noch. Dünner. Macht. Sogar. Für. Holz. Zu. Konservieren. Obwohl. Für. Holzgebild. noch. Anderes. Arbeit. Ist. Fast. Identisch. Wie gesagt. Es gibt. Verschiedensartige. Wachse. Und. Wie gesagt. Eisen. Ist wieder. Ganz anders. Als. Wie gesagt. Lasst euch. Nicht. Nicht. Fettet. Lenkrad. Butter. Margarine. Oder. Dergleichen. Ja. Da. Manchmal. Lesen. Also. Um. Jottes. Hören. Könnt. Machen. Wie ihr wollt. Ich. Wollt. Euch. Nur. Sagen. Wie. Wollt. 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 Ich. Sag. Mal. Den. Richtigen. Begangen. Seid. Bevor. Euch. Eine. Packung. Abholen. Das war. Mit dem. Juten. Stück. Und. Später. Werdet. Mal. Danken. Also. Auch. Die. Neuen. Also. Ich hatte. Da. Letztens. Wieder. Was. Ihr. Lesen. Und. Da. Hat sich. Einer. Er. 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 Man. Noch. Irgendwas. Die. Mir. Er. Er. Sagen. Hat. Ich. Er. Ja. Das. Er. 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 und ich will da keinen zu nahe treten, die 1, 2, 3 oder 5 oder 10 Jahre da Toppie machen und ihre Funde, was weiß ich, auf die amtsteuerlichsten Methoden reinigen oder restaurieren. Also wie gesagt, ich mache das schon weit über 30 Jahre, das geht schon fast auf 50 Jahre an. Und ich kann euch sagen, ich habe zu Anfang auch meine Fehler gemacht, ich mache sie heute noch, das habt ihr im Video gesehen, ihr habt Bronze patinieren, da habe ich mich bei einer chemischen Zutat verrechnet gehabt, aber das muss ich mir auf meine Kappe setzen, die Dummheit. Es kommt ja auch immer die Frage, wann kommt jetzt das Mittel raus, das kann ich euch noch gar nicht sagen. Also ich muss mit meinem Produkt so zufrieden sein, dass ich sage, boah, das ist es. Und damit kommt jeder, und jetzt nimmt euch das nicht so zu Herzen, also kommt jeder doof mit, klar. Und so muss es sein, jeder Idiot muss das anwenden können. Und wenn das hinterher in die Hose geht, dann ist das die Weine wieder groß und da habe ich wirklich keine Zeit und keine Lust zu, wenn ich sowas mache, dann muss es schon 100% sein. So, in dem Video sind jetzt wieder alle meine Reiniger und meine Konservierungsmittel vorgekommen. Da ist also das Restrationswachs von mir, die Silberpatina, genauso wie der Silberreiniger. Ihr seht ja, ihr könnt damit alles reinigen, also mit dem Silberreiniger. Ich benenne das Silberreiniger, ich kann natürlich auch für euch umbenennen als Universalreiniger, aber Silberreiniger, deswegen, wenn neue unter euch sind, die eben mit der Reinigung noch nicht so viel am Hut haben, damit könnt ihr ganz getrost Silbermünzen reinigen, habt ihr gesehen. Kann auch was länger drin bleiben für Bilon, für Kupfer, Bronze, muss das schneller verarbeitet werden, habt ihr auch gesehen. Das ist ja eine Bronzehahnnadel, habe ich jetzt mit abgerieben, den Dreck ab. Ja, wie gesagt, demnächst kommen auch mal ein paar Eisenrestaurationsvideos und Konservierungsvideos. Dann kann ich euch da zeigen, wie das Ganze vonstatten geht. Ja, wie gesagt, wenn ihr wollt, demnächst mehr, wenn nicht, auch gut. Schreibt unten in den Kommentaren, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Auch für die, die immer meinen, sie müssten einen Daumen runter geben. Wie gesagt, da könnt ihr ruhig machen, aber wenn ihr das macht, dann schreibt runter, warum, weswegen, wenn ihr mich nicht mögt. Braucht keine Angst zu haben, ich raus euch nicht den Kopf ab. Oder vielleicht doch, wenn ich euch sehe. Ne, Quatsch. Oh, mir hat das fällt, jetzt habe ich wieder was gesagt. Ja, noch in eigener Sache mit dem Carsten Konze, das ist der German Treasure Hunter. Schaut bei ihm auch im Kanal vorbei, aber das tut er ja sowieso. Oh, das wüsste er eigentlich, bei mir sagt, schaut bei mir mal vorbei. Ja, aber wie gesagt, schaut beim Carsten vorbei. Wir zwei machen ja Auftragssuche, wenn ihr mal was wisst oder ihr habt einen Ring verloren. Da, wo ihr es wisst, nicht nur in etwa und auf 25 Kilometer verteilt. Also das schaffen wir auch nicht. Also das muss schon handfest sein. Oder wenn die Oma im Yacht den Familiensilber vor den Russen versteckt hat. So was zum Beispiel. Das ist top, wir sind demnächst wieder mit Kabel 1 am Drehen. Oder möchten wieder mit denen drehen. Die Anfrage war wieder von Kabel 1 an uns gestellt worden. Eventuell geht das auch dann später in Serie. So wie bei D-Max. Wir haben echt Glück gehabt. Also Augenmerke ist auf uns gefallen. Also der Sender ist interessiert. Also wir brauchen natürlich dafür gute Aufträge und natürlich auch, die man lösen kann. Klar würde es auch mal Fälle geben, die wir nicht. Aber nicht irgendwelche Fabelwünsche oder da, was er meint und gehört haben, und da eine Kriegskasse und so weiter. Und das ist schon, also da müssen schon handfeste Beweise da sein. Ja. Nochmal zum Schluss ein großes Dankeschön an all meine Zuschauer, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid und dass ihr mich abonniert habt. Und auch an alle anderen, die eben kein Abo haben. Das gehört eigentlich für jeden, der mich gerne sieht. Dann noch zum Schluss nochmal vielen lieben Dank an Jochen Reifenrath, meinen Sponsor, der ist die Firma Abenteuer, ach nee, www.abenteuer-schatzsuche.de Da geht es dann, oder er vertreibt ja die Vektoren, wie ihr wisst. Das muss ja nicht jedem sagen. Wenn ihr mal Fragen zu den Vektoren habt, könnt ihr mich auch kontaktieren oder auch den Carsten. Ansonsten habt euch wohl. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Alles klar. Bis dann. Euer Markus. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020